hallo und herzlich willkommen in diesem video werde ich mir einmal die insta cloud anschauen denn die insta kameras können in die cloud speichern und dies werde ich im zusammenhang mit der 8015 machen die ich bereits getestet habe mit der 9008 funktioniert das aber gleich die cloud option gibt es hier links im menü die habe ich jetzt geöffnet da haben wir zuerst den punkt einführung den habe ich schon angeklickt der kriegt ihr allgemeine informationen ich klicke das jetzt mal an einfache verwaltung ihrer kameraaufnahmen der kriegte hier quasi einen überblick was die quasi alles kann die cloud und jetzt ist es so dass werde ich euch natürlich alles hier im detail zeigen es gibt ja auch noch infos zum datenschutz und sehr sehr zum beispiel hier alle aufgenommenen daten sind sicher in einem deutschen rechenzentrum gespeichert das ist für einige firmen beispielsweise wichtig denn die möchten eventuell nicht dass ihre daten in einem rechenzentrum in der usa oder sonst wo landen das ist auf jeden fall ein wichtiges argument für einige dann habt ihr hier eben noch weitere informationen die cloud läuft auf raid systemen diebstahl vandalismus schutz benutzerwaltung und so weiter es gibt auch verschiedene preismodelle bei insta und zwar gibt es zehn gigabyte das werde ich jetzt testen soweit ich mich entsinne gibt es noch zwei andere pakete da weiß ich jetzt die die gigabyte zahlen nicht auswendig das werde ich hier noch einblenden und ich werde euch das ganze auch verlinken je nach ort des erwerbs kriegt man hier so eben so eine karte die muss man frei rubbeln da ist ein code drauf das ist eine gut haben karte und hier kann man speicher hinzufügen unbegrenzte kamera anzahl aber das werden wir jetzt wie gesagt alles in dem test sehen das werde ich nämlich jetzt mit euch hier durchgehen als nächstes klicke ich jetzt den cloud login an und wir müssen uns logischerweise registrieren das heißt ein benutzerkonto erstellen oder hier direkt einloggen ich muss mich jetzt registrieren da könnt ihr eben beziehungsweise da müsst ihr eine e mail adresse und ein passwort eingeben also das sind die daten das werde ich jetzt auf jeden fall machen das war es jetzt auch schon ich habe ein e mail angeben ein passwort jetzt bin ich auch schon registriert ich muss die e mail adresse jetzt aber noch bestätigen das heißt ich bekomme jetzt eine e mail zugeschickt und muss das ganze bestätigen das werde ich jetzt machen und danach geht es weiter jetzt ist mein konto erfolgreich verifiziert und jetzt werde ich mich einloggen bis jetzt musste ich auch noch keinen code von der karte eingeben das kommt dann später ich habe jetzt meine daten eingegeben und melde mich jetzt hier in der cloud an jetzt sehe ich hier direkt eine datenschutzerklärung die typische dsgvo das ist eben seit 25 mai 2018 so deswegen müsste inzwischen auch bei fast jeder webseite irgendwelche pop-ups akzeptieren und irgendwelche cookies zustimmen und so weiter das hat mehr geschadet als geholfen aber auf jeden fall das müssen wir eben auch akzeptieren wir können hier auch noch anhaken ob wir infos per e mail bekommen möchten hier haben wir datenschutz und agbs und so weiter also normal wie das auch bei anderen diensten ist bei amazon und ebay und so weiter nur liest die in der regel niemand da stimme ich jetzt also zu und das hier ist die oberfläche die schaue ich mir jetzt einmal genau an das ist jetzt hier die cloud und ich zeige euch als erstes jetzt mal die administration es ist nämlich so ich habe mich jetzt ganz normal registriert und dann hat man eine 30 tage testversion das heißt ihr könnt die cloud auch erst mal 30 tage lang testen und dann schauen euch das ganze gefällt und können das ganze dann erweitern und da ist es so speichererweiterung hier oben gibt es so einen punkt speichererweiterung da tippe ich jetzt mal drauf es gibt hier eben folgende option es gibt hier cloud speicher 10 gigabyte pro jahr 54 99 für 20 gigabyte eben 10 gigabyte kosten 29 99 und 50 gigabyte 124 99 die preise sind fair ich kann nämlich dazu direkt sagen ich habe auch schon mal die alu getestet und der alu cloud speicher pro jahr für 10 gigabyte für 10 kameras hat damals als ich das getestet habe 90 euro gekostet das heißt das ist das dreifache das heißt die preise hier sind wirklich fair das muss man wirklich sagen ich habe auch eine 10 gigabyte karte das werde ich euch noch zeigen wie man das ganze aktiviert da ist so ein code hinten drauf sind kann man frei rubbeln mit einem geldstück so wie man das von rubbelkarten kennt und jetzt gehe ich aber zurück in die cloud und zeige euch hier mal weiter die einstellung wir sehen hier erst mal den benutzten speicher verfügbarer speicher da werde ich jetzt im laufe der zeit wenn ich das teste eben der wird sich noch ändern weil ich dann eben aufnahmen in die cloud hochlade aber dazu müssen wir auch mal erst eine kamera hinzufügen das heißt diese option hier warnung bei benutzten speicher von 75 prozent können wir hier einstellen waren bei laufzeiten weniger als sieben tage also dass man nicht vergisst quasi das ganze zu erneuern und hier kann man diesen gutscheincode eingeben das werde ich später auch noch machen im ersten schritt muss man jetzt aber auf jeden fall erstmal eine kamera hinzufügen und das funktioniert folgendermaßen wir gehen hier auf kameras und jetzt sage ich kamera hinzufügen dann gehe ich hin und die nenne ich jetzt mal insta 80 15 das ist nämlich die kamera die ich jetzt in diesem test verwenden werde für die cloud das ist eine full hd kamera und fehlalarm erkennung aktiviert mit regen erkennung und wir können aktiviert machen ich mache jetzt mal aktiviert denn die 80 15 ist eine in kamera und jetzt klicke ich auf kamera anlegen jetzt sehe ich hier eine kamera id und ein passwort das werde ich natürlich nachher wieder löschen das werde ich jetzt auch nicht zensieren also wenn ihr das video seht dann ist das alles hier schon wieder ungültig ihr kopiert jetzt also erstmal hier diese daten ich beginne es mit der kamera id dann gehe ich zurück in die web oberfläche der kamera und klicke hier auf einstellungen und da seht ihr cloud upload verwenden erstmal das aktiviere ich verschlüsselte datenübertragung cloud innerhalb der web ui laden das können wir auch machen das aktiviere jetzt auch mal und dann müssen wir hier eben die kamera id eingeben und dann noch das passwort das mache ich jetzt einmal das gebe ich jetzt hier ein klicke dann auf übernehmen ich hatte ja bereits erwähnt dass ich hier einen code für 10 gigabyte habe also einen code den man eben kaufen muss darauf bin ich ja schon eingegangen beziehungsweise ich werde euch verlinken was es da für pakete gibt und was die kosten so ein 10 gigabyte code kostet 29 euro der gilt dann ein jahr lang das heißt ihr habt die cloud dann für ein jahr lang quasi gekauft mit einem speicherplatz von 10 gigabyte diesen code gebe ich jetzt hier ein ich habe den code jetzt unkenntlich gemacht und jetzt habe ich den gutschein eingegeben klicke auf gutschein prüfen jetzt hatte den gutschein geprüft angenommen speicherplatz erfolgreich erfolgreich erweitert und ihr seht jetzt hier oben ich habe jetzt 365 tage verbleiben also ein jahr lang habe ich hier cloud speicher für 10 gigabyte was ich auch machen kann ist mir eine e mail schicken lassen wenn der speicherplatz knapp wird oder wenn die laufzeit hier weniger als sieben tage 14 21 oder ein monat beträgt das eben nützlich dann kann man nicht vergessen das zu erweitern wenn man eben die cloud weiterhin benutzen möchte das war es jetzt eine funktion ändert das ganze jetzt hier nichts die demo version quasi die zeigt alles was verfügbar ist da kann man auch alles verfügbar benutzen also das ändert nichts der code sorgt eben dafür dass sie die cloud dann dauerhaft habt auch nach dem test zeitraum noch mit der in dem fall jetzt hier 10 gigabyte es gibt da noch andere pakete und zwar gibt es hier noch 20 gigabyte und 50 gigabyte die kosten natürlich auch unterschiedlich viel wichtig bzw interessant ist hier auch noch das ist kein abo was automatisch irgendwo weiter läuft sondern ihr habt da die volle kontrolle drüber und könnt das ganze eben hier dann erweitern bis nach einem jahr einen weiteren code eingeben oder eben nicht ich bin jetzt hier wieder in der alarmübersicht und ich habe die kamera jetzt schon einige tage laufen lassen mit einem eingestellten alarm und er lädt das ganze dann in die cloud hoch einige aufnahmen habe ich auch schon wieder gelöscht aber ihr seht jetzt hier eine übersicht der letzten aufnahmen und da fangen wir jetzt mal mit der ersten an da seht ihr hier insta 82 15 dann seht ihr hier die uhrzeit ich muss sagen ich habe den alarm so ungefähr um 10 uhr 20 ausgelöst beziehungsweise nein falsch das ist der andere den habe ich so ungefähr um 10 uhr 20 ausgelöst und er ist dann auch direkt danach hochgeladen worden wenn ihr jetzt hier über dieses bild fahrt das mache ich jetzt mal es fängt ja an da unten bilder geladen an zu zeigen es lädt er eine vorschau und in dieser vorschau lädt er einzelbilder und zeigt eben an was es in diesem video zu sehen gibt und da bin ich jetzt eben die treppe runter gelaufen und ja das ist eine alarm aufnahme das sind wir auch an diesem kleinen alarm symbol hier unten und wenn ich über dieses bild mit der maus drüber gehe habt ihr auch hier oben diese leiste gesehen da habt ihr mehrere eigens ihr habt hier zum spiel ereignis downloaden eignis löschen daneben ereignis als gesehen ungesehen markieren dann kann ich das ganze hier favorisieren also merken und ich kann das eigenes sperren also dass das nicht gelöscht wird und ich kann das ganze hier auch im vollbild laden das mache ich jetzt einmal und jetzt seht ihr das video davor habt ihr nur die vorschau gesehen eben bilder ohne ton und hier seht ihr jetzt das video das heißt ihr habt ihr quasi den ton den er an und aus machen könnt ihr könnt das ganze ihr habt ihr ein menü herunterladen und rechts im bild ich pausier das ganze jetzt einmal kurz rechts im bild seht ihr dann noch mal datum uhrzeit dauer und habt ihr noch mal diese icons zur verfügung also die habe ich hier gerade bereits erklärt die gibt es da und was ich dann auch noch machen kann ist hier ich kann hier ein kommentar hinzufügen ich tue das ganze mal favorisieren und sperren dass es nicht gelöscht wird und speichere jetzt mal den kommentar jetzt habe ich eben noch einen kommentar hinzugefügt das kann man eben mit einer aufnahme machen falls es da irgendwas gibt an das man sich erinnern sollte oder möchte und jetzt schließe ich das ganze einmal hier seht ihr jetzt eben wie gesagt alle videos ihr könnt hier sagen alles auswählen das heißt alle videos auswählen oder nichts auswählen das heißt hier null ausgewählt wenn ich jetzt hingehe und alles auswählen auswähle und dann hier einzeln anklicke kann ich danach wieder sagen alle runterladen jetzt kann ich quasi hier alle herunterladen oder ich gehe hin und kann hier alles favorisieren sperren als gesehen markieren oder löschen und dann haben wir hier natürlich noch filter da seht ihr hier oben ab 21 der zehnte 18 ab 21 der zehnte 2018 0 uhr bis 22 zehnte 2018 93 59 und wir können hier filtern das heißt ich kann hier oben drauf klicken und da kann ich jetzt sagen ereignis typ alle alarme oder nur alarme oder nur fehl alarme außerdem kann ich den ereignis status setzen also auf noch nicht gesehen auf gesehen auf gelockt oder auch favorisiert und ich kann außerdem bei den filter einstellungen ja in haken setzen dass er sich die merkt und was ich auch machen kann ich kann natürlich nach datum filtern von bis und so eben den zeitraum begrenzen der aufnahmen der eben angezeigt wird das gleiche gilt auch für die uhrzeit und da kann ich noch sagen uhrzeit als tägliche zeitspanne verwenden danach kann ich dann den filter anwenden und dann fehlt er da eben danach das schließe ich jetzt wieder und was ihr hier auch seht ist links die insta 80 15 und zeige alle ereignisse ich kann hier natürlich mehrere kameras hinzufügen und dann die aufnahmen hier einzeln von der kamera betrachten oder eben von allen kameras in der übersicht das ist auf jeden fall auch praktisch so könnt ihr eben einzelne kamera selektieren oder alles in der übersicht betrachten das ist jetzt hier die übersicht also ich finde das ganze eigentlich recht übersichtlich gestaltet das heißt es gibt hier keine tausenden knöpfe sondern es gibt ein paar knöpfe sage ich mal es ist übersichtlich die knöpfe da steht auch was die machen wenn man länger drauf bleibt und ja so kann man eben seine cloud aufnahmen hier in der cloud betrachten jetzt hatten wir ja schon administration das hatte ich vorhin schon mal gezeigt und da ist es jetzt so ihr seht jetzt hier zeigt er mir an benutzt der speicherplatz 60 megabyte für die aufnahmen und wie viel noch frei ist und ich habe mir eingestellt dass ich eine dass ich eine e mail bekomme über den speicherplatz das kann man da kann man sich ja quasi e mails zuschicken lassen und so eine e mail die blende ich jetzt dann auch noch hier ein als nächstes gibt es dann noch den reiter hier benutzer und da kann ich neue benutzer anlegen das heißt ich kann dem hier einen namen vergeben anzeigename e mail adresse passwort dann kann ich hier die sprache einstellen und dem eine benutzergruppe zuweisen das heißt der hat dann verschiedene rechte administrator kann eben alles das ist quasi so wie das hauptkonto dann gibt es bearbeiter und besucher ich habe jetzt hier unter dem reiter benutzer einmal zwei benutzer angelegt und zwar könnt ihr anderen personen auch zugriff auf eure cloud geben und da gibt es verschiedene rechte ich habe jetzt mal hier einen account angelegt ein neuer benutzer wird hier über neuen benutzer anlegen erstellt dann kann man hier einen anzeigename angeben eine e mail adresse ein passwort die benutzersprache und dann die rechte da gibt es besucher bearbeiter und administrator der besucher hat im zugriff auf das video bild der bearbeiter kann dann auch was bearbeiten was löschen und so weiter das könnt ihr aber prüfen welche rechte genau das sind wenn ihr euch ein und ausloggt das werde ich gleich auch noch machen und ich habe es schon zwei beispiel nutzer angelegt hier der bearbeiter und hier marco wenn ihr so einen benutzer account anlegt denn mit dem benutzer auch eine e mail geschickt mit dem passwort und dem benutzernamen also die e mail die ihr hier hinterlegt da wird das dann hingeschickt und ihr seht ihr auch ob der schon mal angemeldet war und ob der momentan angemeldet ist jetzt gehe ich hier mal auf der bearbeiter da kann ich das ganze hier noch mal bearbeiten im nachhinein und es gibt aber auch rechte zu vergeben es gehe ich mal hier auf diese diese zahnräder löschen kann ich das ganze natürlich auch über diesen mülleimer ich öffne jetzt mal die zahnräder hier das sind die optionen da kann ich sagen hat der zugriff auf die kameraseiten das sind diese tabs hier oben also diese tabs oben kamera kamera set alarm gibt es daher das seht ihr auch hier kameras kamera sets und alarme das heißt er hat keinen zugriff auf die kameras er hat keinen zugriff auf die kamera sets das auch deaktiviert und auf die alarme da der bearbeiter jetzt hier zum beispiel zugriff ich kann jetzt auch sagen er hat hier noch auf kamera sets und kameras zugriff auf kameras da müsst ihr halt schauen ob ihr den leuten auch wenn ich diesen zugriff geben möchtet oder eben nicht das kann man eben einstellen wenn ich jetzt sage nur zugriff auf kamera sets und alarmen dann kann er eben quasi die kamera sets bearbeiten und die alarme eigentlich macht es am meisten sinn dass ein administrator quasi nur auf die kamera sets und die einstellungen also die kameras zugriff hat und die anderen benutzer eigentlich nur auf die alarme das heißt die können hier die alarme quasi bearbeitet er kann die quasi anschauen kann die löschen und ja das macht eigentlich am besten sinn diese option so einzustellen was man auch machen kann ist man kann das pro kamera einstellen wenn ihr hier mehrere kameras habt das seht ihr hier ich habe zwei stück hinzugefügt dann könnte ich jetzt sagen er hat keinen zugriff hat hier zugriff als besucher bearbeiter oder administrator ja das kann man hier eben auch quasi einstellen wenn ich das hier auf deaktiviert mache dann hat er keinen zugriff auf die kamera 2 die insta 6012 in dem fall speicher das ganze jetzt einmal ich werde mich jetzt einmal ausloggen und dann wieder einloggen mit dem bearbeiter hier dann sehen wir mal was das ganze hier an den einstellungen hier die wir hier jetzt festgelegt haben hier bewirkt jetzt bin ich einmal mit dem der bearbeiter account hier eingeloggt und ihr seht ihr sich habe nur noch zugriff auf die alarme und eben auf die kameras die ich hier aktiviert habe das ist in dem fall nur die insta 80 15 auf die zweite habe ich jetzt so kein zugriff weil ich das ebenso konfiguriert habe so sieht das dann eben aus wenn er jemand anderem zugriff geben wollt in dem fall jetzt hier als bearbeiter und wie gesagt gas gibt es dann auch noch ich habe jetzt als bearbeiter natürlich auch noch die möglichkeit hier runterladen ansehen favorisieren sperren vollbild so kann man eben auch anderen benutzern zb familienmitgliedern zugriff auf die aufnahmen in der cloud geben und dann haben wir hier noch alarme zu guter letzt und da ist es so bestätigung beim löschen ja nein anzahl der ereignisse 250 da kann ich eben die anzahl der ereignisse einstellen e mail senden bei alarm immer ja nein dann bekomme ich eben auch ein e mail alarme behalten für immer oder da kann ich eben einstellen wie viele tage das ganze gespeichert werden soll ihr müsst überlegen für immer funktioniert natürlich insofern nur wenn ihr manuell sachen löscht weil irgendwann ist der speicher voll wenn ihr jetzt sagt ich möchte die nur zwei wochen halten dann klicke ich auf zwei wochen und dann löscht er quasi die videos dann automatisch hier haben wir die vorschaugeschwindigkeit und zwar habt ihr ja gesehen vorhin wenn ich über das bild mit der maus gehe lädt er eine vorschau da kann ich hier die geschwindigkeit einstellen zweifach fand ich jetzt eigentlich ganz gut und dann haben wir die vollbildgeschwindigkeit auch die kann man verändern da kann ich hier sagen einfach zweifach oder dreifach das heißt wenn ihr die videos schneller sehen wollt dann könnt ihr das hier ändern wir können ja auch alle alarmen löschen bei fehlalarmen kann ich ja auch eine e mail senden oder auch nicht den fehlalarm behalten da kann ich das ganze auch wieder konfigurieren und hier gilt auch wieder für die vorschaugeschwindigkeit und für die vollbildgeschwindigkeit der einstellung alle fehlalarmen löschen kann ich auch wieder antippen ja das sind ebenso die einstellungen für die vorschau und die alarme da gehe ich jetzt noch mal hin zurück zu den alarmen das ist noch mal die alarmübersicht und dann haben wir noch kameras die kamera hier habe ich ja bereits hinzugefügt das habe ich auch schon gezeigt die kann ich im nachhinein natürlich noch bearbeiten hier wenn ich auf bearbeiten gehe und kann hier sagen fehlalarmerkennung aktiviert deaktiviert oder aktiviert mit regenerkennung und ich kann hier auch das kamerabild ändern das heißt wenn jetzt hier ein spezielles bild reinmachen wollt vielleicht habt ihr eine verwaltung vielleicht habt ihr viele kameras dann könnt ihr hingehen und ein eigenes bild auswählen zum beispiel das produktbild der kamera dann wisst ihr genau was für eine kamera das ist und das produktbild könnt ihr zum beispiel auch eine nummer einschreiben jetzt nur so als als idee als beispiel die kamera läuft jetzt schon einige zeit und es gibt hier noch eine funktion kamera sets ihr seht hier werden eben die aktion angezeigt hier gibt es die insta 80 15 und die insta 60 12 die ich hinzugefügt habe und die kameras kann ich natürlich einzeln anklicken hier und dann zeigt er mir die aufnahmen an jetzt kann ich aber auch sets anlegen das heißt jetzt als beispiel wenn ich jetzt zum beispiel ein stockwerk habe dann nehme ich es mal als beispiel dach geschoss und möchte das ganze noch mal gruppieren kamera set anlegen jetzt kann ich hier die kameras eben die verfügbaren kann ich jetzt hier hinzufügen ich kann die einfach hier hochziehen das mache ich jetzt mal ich tue jetzt beide kameras hier hinzufügen in dieses gruppen set ich könnte jetzt hier unten auch noch ein bild festlegen zum beispiel könnte ich da jetzt ein icon machen oder im dachgeschoss reinschreiben oder eben irgendwas was man eben dann erkennen kann jetzt mache ich kamera set speichern jetzt habe ich hier ein kamera set das kann ich natürlich auch wieder bearbeiten und sinn und zweck des kamera set ist da die gruppierung ich gehe jetzt manchmal auf alarme zurück und jetzt seht ihr hier ihre kamera set und da sehe ich kamera set dachgeschoss das heißt er gruppiert jetzt hier quasi alle ereignisse in dem fall wäre das das gleiche wie alle ihr seht 431 und 431 weil in dem fall gibt es nur zwei kameras und eben die gruppe entspricht jetzt eben alle aber wie gesagt wenn ihr viele verschiedene kameras habt dann könnt ihr diese gruppen beziehungsweise kamera set dazu nutzen die kameras logisch zu gruppieren dann klickt ihr das ganze an und dann seht ihr hier alles es gibt es noch eine weitere sache die ich recht interessant fand und zwar ist es so ihr seht ihr eben aufnahmen wo personen eben sich befinden hat er die person erkannt dass hier unten dann so eine kleine glocke dann gibt es aber auch aufnahmen wo hier unten so eine graue glocke ist und da hat er erkannt dass keine person im bild ist beziehungsweise dass es ein fehlalarm ist ich gehe da erstmal mit der maus drüber es lädt das bild vor und jetzt seht ihr da wurde nur ein schatten geworfen da hat sich überhaupt keine person bewegt und da gab es eigentlich keinen alarm deswegen hat er das ganze hier als fehlalarm markiert automatisch in der cloud eben analysiert und markiert das gleiche gilt jetzt auch hier für diese aufnahme zum beispiel und bei den an aufnahmen da seht ihr ja da läuft hier mal die treppe hoch hier oben das ist dann eine normale aufnahme das ganze gibt es auch noch mit regen analyse also ich kann hier die kamera nehmen bearbeiten wenn ihr eine außenkamera habt insta gibt es natürlich außen und innen kameras und da könnt ihr hier aktivierung eben fehlalarm erkennung mit regen erkennung machen das heißt wenn es regnet dann ist das natürlich auch bewegung da wollt ihr aber keinen alarm weil es regnet ja dauernd und da erkennt ihr dann den regen und merkt dann auch hier okay da regnet es da ist kein alarm da muss ich eben keinen alarm quasi anzeigen und ja das ist eben quasi eine analyse diese analyse ist auf jeden fall sehr nützlich und wie gesagt dadurch kann man hier auch die fehlalarme vermeiden und das kann man eben auch filtern ich kann hier sagen zeige mir nur die alarme an dann habe ich eben direkt alle fehlalarme hier ausgeschlossen die er erkannt hat da die kamera jetzt schon einige zeit über die cloud läuft gehe ich jetzt noch mal in die administration ich habe momentan hier 2,3 gigabyte belegt und habe noch 7,66 frei die zeit in der ich jetzt hier die aufnahmen mit den beiden kameras hier gemacht habe ist vom einundzwanzigsten bis zum neunundzwanzigsten also könnt ihr es mal so grob abschätzen zwei kameras und wir haben hier quasi von die aufnahme von acht tagen und das hat jetzt ungefähr so 2,3 gigabyte ergeben das hängt natürlich immer davon ab wie viele alarme gibt es was ist auf dem bild zu sehen und diese beiden kameras hängen hier wie gesagt am treppenaufgang da läuft eben jemand mehrmals am tag hoch und runter das heißt das ist ein bereich der so mittelfrequentiert ist würde ich mal sagen da habt jetzt mal so eine vorstellung was da bei mir an daten entstanden sind eben bei der überwachung der treppe mit zwei kameras über acht tage und das ergebnis waren eben circa 2,3 gigabyte mir persönlich gefällt die cloud gut sie ist übersichtlich was mir auch sehr gefällt ist diese fehlalarmerkennung die ist definitiv sehr nützlich wir können die videos runterladen favorisieren kommentieren wir können die filtern ich habe euch ja jetzt in diesem video im endeffekt alles gezeigt was die cloud so kann und jetzt könnt ihr eben selber entscheiden ob das eben diese features sind die ihr braucht der preis ist auf jeden fall fair das hatte ich ja auch schon erwähnt ich habe euch jetzt einfach mal die insta cloud stand 29 10 2018 gezeigt da wird sich natürlich über die zeit noch etwas verändern insta kann da neue funktionen hinzufügen zum beispiel weitere alarmerkennungen könnten die da einbauen das werden wir dann eben mit der zeit sehen wenn ich da infos kriege dann update ich das auch im artikel im video kann ich das natürlich nicht updaten ich hoffe dieses video hat euch jetzt auf jeden fall mal einen einblick verschafft und hilft euch weiter den link zum testbericht und weitere infos findet ihr unter diesem video in der video beschreibung das war's von mir ich bin raus und wir sehen uns im nächsten video das war's von mir